Was haben Oktopusse eigentlich mit uns gemeinsam? Schließlich haben sie weder Lunge noch Rückgrat, dafür aber mehr als einen Plural. Sie sind jedoch in der Lage, Rätsel zu lösen, durch Beobachtung zu lernen und sogar Werkzeuge zu benutzen, so wie einige andere Tiere. Das Erstaunliche an der Intelligenz der Oktopusse ist, dass sie auf einer völlig anderen biologischen Struktur beruht als unsere. Die etwa 200 Oktopusarten sind Weichtiere und gehören zur Ordnung der Cephalopoden, griechisch für Kopffüßer. Ihre Köpfe enthalten erstaunlich große Gehirne mit einem Gehirn-zu-Körper-Verhältnis, das dem anderer intelligenter Tiere ähnelt, und ein komplexes Nervensystem mit etwa so vielen Neuronen wie das seines Hundes. Diese 500 Millionen Neuronen liegen jedoch nicht zentral im Gehirn, sondern sind in einem Netz von miteinander verbundenen Ganglien verteilt, die sich in drei Grundstrukturen gliedern. Das Zentralhirn enthält nur etwa 10% der Neuronen. Die beiden riesigen optischen Loben etwa 30%. Die restlichen 60% befinden sich in den Tentakeln, was für uns Menschen so wäre, als hätte jeder unserer Arme einen eigenen Verstand. Hier wird es noch interessanter. Wirbeltiere wie wir Menschen haben ein starres Skelett, das den Körper stützt, und Gelenke, die Bewegung zulassen. Aber längst nicht alle Bewegungen sind möglich. So kann man das Knie nicht nach hinten oder den Unterarm nicht in die Mitte beugen. Kopfhüßer dagegen haben überhaupt keine Knochen, was es ihnen erlaubt, ihre Gliedmaßen an jeder Stelle und in jede Richtung zu biegen. So können sie ihre Fangarme in unendlich viele mögliche Anordnungen bringen. Für uns völlig undenkbar. Nehmen wir eine einfache Aufgabe wie das Essen eines Apfels. Das menschliche Gehirn enthält eine neurologische Karte des Körpers. Wenn man den Apfel sieht, aktiviert das motorische Zentrum im Gehirn die entsprechenden Muskeln, damit man den Arm ausstreckt, den Apfel mit der Hand greift, den Ellbogen beugt und ihn zum Mund führt. Bei einem Oktopus läuft das ganz anders ab. Anstelle einer Karte des Körpers besitzt das Gehirn eines Kopffüßers eine Verhaltensbibliothek. Sieht ein Oktopus also Nahrung, aktiviert sein Gehirn nicht einen bestimmten Körperteil, sondern eine Verhaltensreaktion zum Greifen. Wenn dessen Signal das Netzwerk durchläuft, empfangen die Neuronen im Arm die Nachricht und werden aktiv, um die Bewegung zu steuern. Sobald der Arm die Nahrung berührt, läuft eine Muskelaktivierungswelle durch den Arm bis zu seinem Ansatz und der Arm sendet eine weitere Welle vom Ansatz zur Spitze zurück. Die Signale treffen sich auf halbem Weg zwischen Nahrung und Armansatz und veranlassen den Arm, sich an dieser Stelle zu beugen. Das bedeutet, dass jeder der acht Oktopusarme im Grunde selbstständig denken kann. Das gibt ihm verblüffende Flexibilität und Kreativität in unbekannten Situationen oder bei Problemen, etwa wenn er eine Flasche mit Nahrung öffnet, aus seinem Labyrinth entkommt, sich in einer unbekannten Umgebung bewegt, die Struktur und Farbe seiner Haut der Umgebung anpasst oder sogar andere Lebewesen nachahmt, um Feinde abzuschrecken. Kopffüße haben ihr komplexes Gehirn vermutlich lange vor den Wirbeltieren entwickelt. Und die Intelligenz von Oktopussen nützt nicht nur ihnen selbst. Ihr ganz anders strukturiertes Nervensystem und die autonom denkenden Gliedmaßen haben die Forschung inspiriert, Roboter aus weichen Materialien zu entwickeln. Die Erforschung, wie Intelligenz auf einem so andersartigen Evolutionspfad entstehen konnte, hilft uns mehr über Intelligenz und Bewusstsein im Allgemeinen zu lernen. Wer weiß schon, was für andere Formen intelligenten Lebens möglich sind und wie diese ihre Umwelt erfassen. In diesem Video erfährst du, wie Hunde mit ihrer Nase sehen und lernst mehr über weitere unglaubliche tierische Instinkte. Oder entdecke in diesem Video die Liebe der Honigbiene zur Mathematik.